Jetzt müssen wir da hin. Ach, hör drauf. Ah, du bist so ein Affenarsch! Danke, ich habe jetzt Kurschen mit Status Arschloch. Ach, halt den Stabbel, ey. Halt doch die Fresse. Was ich jetzt will, ist ein bisschen Energie. Nerf, sowas nervt. Nerf, 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 nerf. So, ich mix mir jetzt hier was, ihr könnt mich gern haben. Rot und Grün ergibt was? Genau. Volle Pulle. Das schnabulieren wir kurz. Und nochmal, dann haben wir Vorrat. Ja, äh, selber, äh. Also nur Grün? Doch, doch, ist gut, ist gut, ist gut. Hab ich gesagt, ich dachte, ich hätte schon Grün. Gut, und weiter geht's. Jetzt müssen wir die Batterie einfügen gehen. Äh, hallo? Ja. Und den Crank, den Hebel, den müssen wir behalten für die Hürde. Oh, ja. Und das Säuregewehr, die Säuremunition, behalten wir auch für die Hunter in der Höhle. Ja. Läuft. Läuft. Yuuu. Zumяг. Alles in der Weile geht das echt hin so. Iuuu. 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 Das so es war. Aber gut. So. Einfügen. Ja, was? Was ist? Geht doch. Dann müssen wir rauf, dass der oben wartet dann. Sonst können wir ihn ja nicht rufen. So. Jetzt gehen wir das Wasser wieder umleiten. Panzersteuerung, ich finde sie gut. Für sie zu spiel. So. Das kennt ihr ja. Kleines Déjà-vu. Ah, Mann. Okay. Ja, wir müssen das Wasser umleiten. Wieder. Und wir müssen runterkommen. Wieder. Jetzt ist sie ja gefüllt. Aber wir haben ja den Umweg. Haha. Also, wie mache ich das in 40 Minuten? Ja gut, ich habe natürlich auch nichts über Sprung quasi. Ich habe ziemlich vieles gezeigt. Und gut ist's. So. Ich bin zu Hause. Fast. So. Jetzt sind wir hier. Und ich habe das vorhin zwar nicht gesehen. Aber vorhin war beim Durchgang dort ein Wasserfall. Und jetzt können wir hier durch. Wenn es eine ziemlich arschige Stelle ist, mache ich hier noch ein Save-State. Und weiter geht's. Ja. Man sollte richtig da stehen. Und hier kommt vor allem Hunter. Und deshalb habe ich die Dings noch ausgerüstet. Okay. Hier geht's noch nicht weiter. Oder geht sie weiter? Nein, nicht schon. Ach nee, geht eben nicht. Oder? Nichts? Nö. Brauche ich das andere? Speichern könnte ich. Muss ich jetzt aber nicht. Okay. Hier gibt es zwei Indiana Jones Fall. So. Kugeln. Gar nicht nicht. Okay. Soll ich mit Barry gehen? Ja. Okay. Let's go. Okay. Dann werde ich dich aufhören. Let's hurry. Hey. Are you all right? I can go first if you want me to. Und wir machen, dass wir zuerst gehen und er soll uns Deckung geben. Nein, wir gehen zuerst. Okay. Let's go, Barry. Und so hat man eigentlich das gute Ending. Wir gehen jetzt erst mal in die Richtung. Dann gibt es eine kleine Zwischensequenz. Ne, Moment. In die Richtung, will ich. Wenn du überhaupt hin, Mensch, ich habe wieder keine Orientierung mehr. Die Höhle ist echt eine beknacktersten Stellen. Ich glaube, ich werde noch nicht zu viel nehmen. Hier gibt es Exposions-Dings. Ach, hier wäre auch. Okay. Nein, ich mache da noch nicht zu viel. Ich gehe erst mal hier lang. Ah ja, hier müssen wir ihn lang. Hier wollte ich ihn. Ah! Danke, Barry. Wir sind noch so nickt. Ja, gut. Okay. Hm. Oh, ha. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Enrico! Haha, einer im Team ist ein Verräter. Das Ganze soll wir sehen, nur Kanonenfutter für Umbrella. Barry? Was machst du da? Oh, er hält was. Ach toll. Nein, immer nicht. Brauche ich gar nicht mehr. Gut, Barry ist hier beschäftigt und wir gehen alleine weiter. Oh! Jemand hat was verloren. Der zweite Hebel. Und den brauchen wir. Wir gehen doch gleich mal zurück. Und ja, jetzt sind wieder die Hunter da. Aber ich habe ja Säure. Ha! Nicht mit mir, du. Halt den Sabbel! Okay, jetzt muss ich mich echt umsehen, dass ich mich hier nicht verliere. Okay. Jetzt am Anfangsbereich zurück, oder? Nein. Okay, nichts von dir. Ach, es staut sie zu. So ein Drama, wegen dem bisschen sterben. Aber du hast ja in der Reine verätzt und so. Da macht man doch kein Theater. So. Dann machen wir hier mal vorwärts. Ja, Kanini, den, den, den. Den hier aber. Okay. Alleiner, die haben verschiedene Enden und das passt nur dann. Aber nichts verpasst, oder? Also, die Munition und den Dienste, aber sonst nix. Okay. Hoffe ich zumindest. Gab ja keine Karte davon, oder? Aber irgendwo nicht. Doch, es gibt eine Karte. Stimmt. Okay, jetzt wird's geil. Jetzt kommt nämlich, ähm... Ja. Es kommt hier ein Rätsel. Ich mache noch einen Safe State Day. Wenn ich das nämlich falsch mache, ist man ein Marsch. Sprichwörtlich. Okay. Erkunden gehen. Nichts zum Erkunden. Dann gehen wir wieder. Ah! Ah! RINN! Uah! Alter, alter, alter! Okay. Uh! Baff! Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier wieder. näher fällt. Ich nehme aber trotzdem noch das mit. Yes! Ha! Selbst wenn du genau da landest, dass du auf den Sack bist. So, und jetzt gehen wir hier durch. Schön den Weg freigemacht. Darf ja auch mal nützlich sein, oder? Oh, 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 jetzt wird es interessant. Okay, eins. Wie viel habe ich? Wie viel Schuss habe ich? Nicht mehr so viel. Gut. Schön vergiftet. Ist das schon alles? Echt? Ich bin doch nicht mal vergiftet worden. Alles klar. Das ging ja schnell. Es ist jetzt tot, oder was? Da kann ich das Messer nehmen. Brauche ich aber nicht. Und weil ich kann ja so machen. So. Ich bin nicht mal vergiftet worden. Ist das geil. Ich mache das nächste Mal wieder so. Sonst hat sie mich immer vergiftet. Immer. Aber gut. Ich bin ja nicht böse. So, äh... So, äh... Einmal so. Einmal so. Muss ich überlegen. Ich will da nichts Falsches machen. Ich bin echt am überlegen. Hä? Hä? Wie denn jetzt? Was? Ach ja, genau. Okay. Eins nach dem anderen Weg geht jetzt. Da geht's raus. Aber was war denn da noch? Hä? Hä? Weiß ich jetzt echt nicht mehr. Na ruhig. Pfui. Was war denn da? Hä? Ach so. Genau. Okay. Ich kann ja hier endlich mal aufräumen. Gut. Die brauche ich schon mal nicht mehr. Ähm. Aber was ich jetzt brauche ist das eine Signet. Signet, wo bist du? Wo bist du? Da. Und... Das brauche ich ja auch nicht mehr. Das auch nicht. Ich hätte es ja nach dem Plan funktioniert. Äh. Äh. Dafür nehmen wir jetzt hier erstmal... Gesundheitszeugs. Sicher ist sicher. Das andere ist glaube ich nur Magnum-Munition. Glaube ich. Zumindest. Ja. Nein. Inkubieren. Auch schon gar nichts. Okay. Äh. Das zweite... Ah ja. Jetzt weiß ich wieder. Das ist doch da hinten. Und die zweite Emotis auch. Gut. Ich weiß wohin. Wieder zurück. Hat sich ja gelohnt. Also kann man sich nicht beschweren. Hat sich gelohnt. Jetzt etwa seit vier Stunden. Falls euch das interessiert. Äh. Hier braucht es wieder zwei. Davon. Wir müssen nämlich links durch. Äh. Mann. Nervt doch nicht. Dankeschön. Es braucht zwei äh drei Umgänge. Also drei Mal benutzen meine ich. Gut. Mal. Mann. Nervt. Nervt. Es geht nicht schneller. Sorry. Okay. Und nochmal. Geht doch. Ich finde es einfach schade. Dass man nichts wegwerfen kann. Man kann nur deponieren. Und die Schlüssel werden sie nicht mehr gebrauchen. Aber sonst. Finde ich es schade. Bin ich blöd. Aber gut. Ja ist gut. Ruhe. Okay. Machen wir das jetzt. Ein kleines schönes Rätsel. Den brauchen wir. Äh. Den hätten wir eigentlich immer stehen. Mal da hinschieben. Sonst geht gar nichts. So. Mann. Ich verwechsel die immer. Wart. Ach. Hör doch auf. Steh halt Grab vor. Zu. Chill. Nervt. Ich weiß dass man das benutzen kann. Man soll es ja auch benutzen. Stellt euch nicht so an. Alter. Das ist wirklich nervig. Ich. Ich rasse hier aus. Ganz genau. Muss man da stehen. Alter ich. Äh. Das geht. Hundertprozentig. Junge. Es nervt. Jetzt mach das Ding klar. Hä?! Ist das Neues? Geht doch! Hei, Witzka, du! Glaub noch kaum. So, nochmal. Und jetzt zurück. Sorry, aber sowas nervt mich. Wenn es sich an so einem Pixelgenauigkeit gehen will. So, nochmal. Ist ja gut und genau, aber trotzdem. So, den da auf den Schalter, auf die Öffnung, dass er runter plumpst. So, und wir haben das blaue Book of Doom. Ja. Und was ist da drin? Genau, das zweite Emblem. Und jetzt haben wir alle. Jetzt kommen wir in die Forschungsanrichtung. Und hier noch kurz. Den Felsen weglocken. Dann haben wir diese Zeit hier. Emo-Disc. Hoffentlich klappt das. Aufpassen. Wirklich aufpassen hier. Ja, 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 ja. Scheiss jetzt. Dankeschön. Boff. Hier gibt's. Die Karte. Und was noch viel wichtiger ist. Die zweite Emmo-Disc. Fürs gute Ending mit Quiz. Ja. Wir haben alles. Es geht rauf in den Ausgang. Und den wissen wir ja, wo er ist. Wir haben ja noch nicht mehr zurück. Tschö-lulü. Nämlich hier. Tschö-tö-töng. So, ich muss auch nicht mehr zurück. Ich kann hier alles gleich einfügen. Tschö-töng. Wir haben ja noch nicht mehr zurück.